Nick ist im Wohl. Schnell Schatz! Schnell! Oh, jetzt geht los! Schnell! 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 Hi Nick! Hallo! Hallo! Nettie! Okay. Hallo auf Nettie hab ich gehört. Mhm. Und wie geht's dir Nick? Es geht nicht. Es geht? Ja gut rauf heute. Oder noch nicht so. Der ist aufgestanden. Der gerade ist aufgestanden, krass. Von einer Stunde. Von einer Stunde. Aber ja rechtzeitig, ne? Und nur für mich hier. Oh nein, ich war wunderbar. Ich bin so unfähig. Abkürzung? Ja, die Abkürzung. Da hab ich voll verkackt, ey. Ich trau mich die nicht mehr, ey. Ich bin so auf Konto gefahren. Wie ist das denn? Was für diese Kölner? Ich hab gesehen, wie die Green Shell voll an mir vorbei gefahren ist und die flog und flog. Das war soo lackig. Ich hab die nicht mal geworfen. Die ist selbst an mir vorbei geflogen und so. Aber ich will das auch nicht. Da hat nicht jemand vorweg gesnipet, ey. Äh? Die Dingens. Ich hab gleich auf der Blue Shell, ey. Okay. Weil Nick hat die Green Shell nicht einfach. Blue Shell dodge ich einfach. Mit einem Maschrum! Nein. Scheiß, was du gerade sagen. Hab die Bombe, Selina. Oh, oh. Mann, feuchten! Oh, das war so doof. Ey, so dumm. Toll, ey. Krupe kann ich auch nicht mehr brauchen. Ey, wie viele Red Shells kommen einfach, ey. Ey, so hole ich Nick nie ein, ey. Das ist so lächerlich. Oh, dann bekommt der Blue Shell. Ein Nick netter Versuch, aber... Tja. Ich kann Gusheld jetzt dodging mit dem Pilz. Danke. Äh, wär da überhaupt mal im Lösen! Da krypt لي mit dem Buzz! Kröft! Was verbollelge! Was war es? Ja, x4im mundial cream. Ach, ne! Was, fans auf который? Du hast doch drei Witze. Warum willst du stehen bleiben? Tja. Better than nothing. Ich glaube, ich muss brechen. Wieso? Ich glaube nicht. Haribo immer alle vorwarnen. Das Schlimme ist, wenn er einen nicht vorwarnen, dann ist es umso erschreckender. Das tut mir leid. Du es nicht. Don't lie to me. Als ob ich jemals lügen würde. Jetzt so die ganzen Flashbacks, so wie in so einer Sitcom. So müssten jetzt einfach noch drei Rückblendungen eingeblendet werden, wo du einfach eiskalt gelogen hast. Und diese ganzen Never Trust Haribo Momente. Reichen da drei Rückblendungen? Ja, das ist ja meistens so. So die erste wird eine eingeblendet, wo du meinst, ja gut, aber es war eine Auslandsweise. Und dann kommt die nächste mit einem Blick, wo ich dann denke, dein Ernst? Und dann irgendwann so, ja gut, vielleicht lüge ich doch. Oh, dass wir so einem schlechten Ritt kommen. Ne. Jawohl, das ist gut. Jetzt hat er keine Items mehr. Für dich. Na, Dankeschön. Scheiße, als ob ich genau in dem Moment, ich hier drüber bin und ich sage, scheiße, da geht doch nicht mehr. Boah. Was war denn weiter mit? Oh Gott. Da wirst du ja wieder. Da stand halt dein Name drauf, deshalb dachte ich, geb ich dir mal die Shell. Ich geb dir gleich mal ne Banane. Also, die... Moment. Trau mich noch nicht. Warte. Da. Hat nicht geklappt, ne? Da waren gerade das Pilze und ich nehme, ne, ne. Oh, da liegen ganz viele grad. Oh scheiße, das waren die bestimmt von Selina, als sie diese ganzen Dinge hatte, bevor der Blitz eingeschlagen ist. Ist ja immer die Acht ordentlich ausgepfeffert, ne? Entschuldigung doch, Ado. Achso. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wenn es dich tröstet, ich habe auch nichts gesehen. Okay. Irgendwie nicht. Mit Bande. Was ist das denn für ein Items-Setup, ey? Das kann ich doch nicht mal sehen. Nein! Oh, voll weg gesniped! Oh, voll weg gesniped! Oh, easy! Ich hasse dich so sehr! Ich bin stolz auf mich. Ja, war ich da dritter oder vierter wohl? Ne, dritter. Dabei, dabei hatte ich doch die Banane gemacht und du hast mich eigentlich frontal getroffen mit der Green Shell. Ich habe dich, glaube ich, voll von der Seite, weil du gerade in die Kurve gingst. Also für mich sagst du, als ob du mich frontal getroffen hättest. Achso, er verklagt mich doch. Soll ich? Ich kenne ja einen guten Anwalt, ne? Achso, ich dachte, das ist meiner. Ein richtiger Auffahrunfall. Ja, ich meine, das ist ja jetzt doch voll in die Kurve gegangen. Aber das ist ja Haribos Trick. Er sagt, er ist ein Anwalt und dann wartet er Situationen ab, wo er dich dann verklagen kann. Und dann hast du dich aber darauf verlassen, dass du einen Anwalt hast und hast dann gar keinen. Und deswegen habe ich ja Haribo nicht als Anwalt. Achso. Ich bin mein eigener Anwalt. Oh, ob das gut geht? Hm. Dankeschön. Oh, die Greenshell. Weg, weg, weg. Oh, Greenshell, bitte. Ach, Mann, ey. Hallo? Lässe ich mich von einer Greenshell treffen? Hallo? Hallo? Äh, hi. Sorry. What you doing? Klar, ich muss mich schon dafür entschuldigen. Ich bin an Hallo statt Hi. Das finde ich irgendwie witzig. Und Donnershock. Hi. Pikachu. Oh, die Blusche erstört, glaube ich gerade gar nicht, weil ich so klein bin. Das ist eh keiner schnell. Verdammt. Ich wollte dich gerade, äh, wie heißt das? Zerquetschen. Klattfahren. Klattfahren, danke. Das Wort habe ich gesucht. Das waren zwei Wörter. Vielleicht hast du das Wort. Das waren zwei Wörter. Vielleicht hast du das Wort. Hast du die deswegen nicht gefunden? No, die Bombe! Nick, ey. Meine Bombe. Achso. Was ist denn? War meine Bombe. Egal, trotzdem Nick, ey. Hättest du die nicht auffangen können? Wie ein Mann. Ne. Achso. Nein. U halte. Achso, mein Mann. Hattest du dich irgendwann auf dir? Oh, zieh doch einfach mal auf dir, du Goldkopf. Er fahr auf dir nur auf die Wiese, du Holzkopf. als ob ich meine ja da hinten geworfen hat und da ich hab's wieder vergessen Kot-Woodie Oh boy Ach verdammt Du hast mir die Strecke nicht gesagt Das war einmal Donkey Kong Das war einmal diese Marios Piste Piste und das erste war Mario Kart Stadium Kommt jetzt? Ja, ich muss die Datei öffnen Das dauert grad ein bisschen Deshalb muss mir das gleich nochmal sagen Das erste, was war das? Ach das war das mit dem Steinblock Ruin Ja genau, stimmt Sind die Clips eigentlich noch aktuell oder sind die aufgegeben? Nee, ich mach das noch Aber ich bin grad zu faul die immer zu aktualisieren Achso Okay, muss ich mal nachgucken nochmal Wobei, wenn du da, wenn es too much ist oder so Nö, ist ja nicht too much Es ist nur so Ja, das geht mir auch manchmal bei Clips hochladen Sei froh, dass ich nicht gewartet habe bis du über die Schlucht warst Nee, es wäre schön gewesen, wenn du vorher geworfen hättest wegen dem NPC Da hast du den getroffen Achso Ja, da hatte ich ja noch gar keine Ratscher Aber ich wollte ja dich treffen Achso Auch da hattest du die Ratscher schon ganz Achso, der ein und Kerl wollte ja nicht treffen Aber ich habe ja nicht geworfen als du über die Schlucht warst Bei Haribo Blueshell Welche Blueshell Welche Blueshell Als ob die Ratscher so kacke flog Das sieht mein Boomerang aus Ich hatte so ein Pilz am Start krass Ich hatte ein Pilz, ja Ich hatte eine Minster und dahinter halb dem Pilz Achso, das sah aus, als hättest du eine Banane Nein, nein Ich habe die Minster auch erst eingesetzt Als die Blueshell fast bei mir war Falls sie geklaut wird oder so Ja klar Oha Mann Boah, netter Versuch hier Aber nicht mit mir Freundchen Nicht mit mir Nämlich nicht Freundchen Nein Okay, Kumpel Okay, das, das, das akzeptiere ich NEEIN Ich bin der Erste Was? Hattest du noch eine Ratscher Oder war das so eine kacki Nein, nein Was ich meine Ich hab nur eine Minster und eine Banane Warum wurde ich denn von der scheiß Ratscher verfolgt? Ich weiß das nicht So asozial ey Ich ging kreis. Okay. Das hier war einmal Royal. Ist das Royal Raceway? Oder gibt es noch einen Royal? Noch einen Royal. Royal Raceway war glaube ich... Oh, warte, ich kann ja auch einfach starten. Und dann kann ich mir die Maps anschauen. Es ist nur ein Royal. Ja, ich gucke gleich mal. Ich weiß ja welche Maps noch waren. Wenn er mir endlich mal durch ist... Ähm, also... Wir hatten... Ne, Royal Raceway hatten wir nicht. Wie hieß denn das? Tromp Ruins haben wir? Das war das Stadium. Ja genau. Also wir haben Mario Kart Stadium haben wir gehabt. Genau. Und Tromp Ruins. Ruins, wo ist das denn? Ich muss das erstmal nochmal verweht ordnen, ey. Mario Circuit gab's noch. Genau, das Normale aber, ne? Ja genau, das Normale. Und Donkey Kong. Ja, okay. Verdammt. Äh... Donkey Kong. Irgendwas mit DK ist ja mit DK abgequillt. DK Jungle. Ja genau, DK Jungle. So, und jetzt haben wir die Super Nintendo Version. Von Mario Circuit. Äh, Gamebike Bronze. Also ja. Mhm. Okay. 20. Also das von letzter Woche ist aber nicht drin. Da war ich zu faul wie das nochmal alles nachzugucken. Ja mach mal, wo bezahl ich dich hier? Also wo wird er nicht mit dem Monat? Ja. Du bezahlst mich gar nicht. Also du wolltest ja nicht mit Reis bezahlen. Wolltest ja nicht. Achso. Hat sich ja nicht aus. Hallo, ich hab letztens, letztes Wochenende für die Frühlingsfragen gemacht, ja? Stimmt. Da hast du sehr schön gerollt. Ja, ich finde die sehr gut. Ich hab die sehr gut gemacht. Und die Soße und alles. Also ne? Ja, die Soße hab ich gemacht. Hallo, ich hab sehr gut geschüttelt. Kann schütteln. Stimmt. Das hab ich ja ganz vergessen. Die Soße. Ne, aber ne, ne. Ne, ne. Das ganze Hack und alles was da drin war. Die ganzen Pott zusammengematscht. Achso. Harimo meinte das wäre voll die doofe Idee, weil das ist nicht genug Platz. Er wollte da rummatschen. Aber ich so, ne, geh da doch nicht mit deinen Griffeln rein, das ist voll widerlich. So, kann ich nie arbeiten. Und dann hab ich gesagt, ich schüttel das jetzt. So wie ich jetzt diese Grünschel gegen ihn schüttel. Und dann hab ich... Und dann haben wir einfach, keine Ahnung, hab ich den ganzen Pott und dann geschüttelt. Und dann ging er trotzdem mit den Händen rein. Okay. Die Grünschel! Oh Mann! Nick ey! Nein! Die Grünschel! King Boohoo! Skylar ey! Da lässt dich da, ne? Kannst du ruhig beleidigen, wenn ich möchte. Okay. Kriegst du nicht mit. Okay. Nehmen wir auch nicht auf oder so. Das müsste so Skylar aus dem Lurk, also wer wäre, wenn wir hier beleidigen. War schon die letzte Runde, scheiße. Na lustig. Aua! Warum fahr ich in der 4er Runde immer so gut, dann fahr kack in den 8er Runden immer. Ja, weil dann bist du halt... Also normalerweise... Also ich spiel mich da immer ein. Und du gibst da voll Gas. Und dann gebe ich in der 8er Runde Gas, aber du bist schon ausgepowert. Ist aber nicht so aus, als würdest du Gas geben, Nick war vor dir. Ja, ich bin vor Haribo, also ich mach's langsam, Step by Step. Ja, verstehe. Ja, Mattis hat sich multitaskingfähig, er kann sich nicht mit zwei auf einmal kümmern. Echt mal. Die Lieder, ey. Haribo war noch vor dem Ziel weggemammt. Ja, nur weil du nicht zu manchen bekamst bist, ne? Ja, so sieht's aus. Oh, ich hab, ich hab letztens, ähm, gestern, bei mir im Supermarkt die, 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 die Maribo gesehen. Hey, hast die mitgenommen? Ja. Schade. Boah. Boah, müssen wir gucken, ey. Ich glaub, die stell dich dann auf hier, und pack den den Reißhut drauf, und dann ist das so, als wenn Haribo hier wäre. Immer wenn ich mit Haribo zusammenspiele, so. Oder noch besser, wenn ich eben nicht mit Haribo zusammenspiele, weil dann kann ich sagen, guck mal Haribo, ich hab... Ein Ersatz für dich. Du bist ausgetauscht. Mach ich Haribo eifersüchtig. Ja, mach ruhig. Spiel jetzt mit den hier Splatoon. Und dann lege ich einfach den Controller von Selina vor ihm und spiel dann dienstags mit den Splatoon. Mann, bin ich gespannt, ob das geht. Nein! Dann brechen wir den Rekord. Aber apropos Dienstag, äh, falls du mit mir geplant hast, ich weiß doch nicht, ob ich kann. Achso. Kann ich dir aber erst Dienstag sagen, ob ich kann, oder nicht, wahrscheinlich. Plan ich erst recht mit dir. Dann hast du noch den Druck, dass du da sein musst. Achso. Alles klar. Ja, ich bin spät gesehen, ist mir egal. Nimm dir ihn noch! Wenn es dich tröstet, ich hatte eh einen Pilz gehabt, dann bin ich still geblieben. Und jetzt kommen noch die ganzen Red Shells. Das ist so... Genau, woher kommen die jetzt? Ey, das ist so albern. Die fangen nicht, schätze ich. Und jetzt krieg ich nur so richtig schlechte Items. Warum hat... Als ob Nick jetzt noch einen Stern hat, ey. Hier. Krass. Boah, ey, so random scheiße, ey. Bin ich von Matti? Ich bin von Matti. Nice. Ey, das ist so albern, ey. Es ist Mario Kart. Deine Schuld. Meine Schuld? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, richtig. Gut, dann hör ich jetzt auf. Muss mal mehr Gas geben, hier. Gucken hier. Hier mal. Bestützen. Born Dry Dunes. Nummer 6. Jawoll. Jawoll. Ist schon voll armselig, ne? Dass wir Babypark zum Beispiel über 100 Mal haben schon. Und sowas unter 10 Mal. Ja, weil... Einfach gefühlt, wie der Babypark fehlt, da kein Mario Kart kann. Oh boy. Generell hat auch nicht so. Ich glaub, diese Map zieht jetzt auch gar nicht so zu den beliebtesten Maps. Ja, das ist so eine, die fährt man generell so nebenbei. Wenn die halt... Oh, ich hab doch die Green Shell rausgeholt. So lächerlich. Ähm, halt so nebenbei fährt. Alter. Warum kommt jetzt Lakitu random? Ich hab doch... Alter, ey, was ist das für ein lächerlicher Bullshit? Natürlich krieg ich jetzt die Doppel-Item nicht. Ich hab Doppel. Ich hab ihn nicht eingesammelt. Ja, aber Babypark wurde einfach so krass über... weh. Ich glaub, wenn Matti sie gar nicht so sehr hassen würde... Nee, Babypark ist generell halt auch so beliebt, weil es einfach so... Die Leute, die halt wirklich Mario Kart spielen, die spielen normale Maps. Und die Leute, die es halt nicht können, die spielen Babypark, weil man ja nur im Kreis fährt. Ja. Und dann wirft man einfach alles und das ist so dieses Mario-Party-Feeling. Man macht nichts und dann spielen. Das ist Mario, das ist Babypark. Okay. Warum fahr ich denn so unbefähig gerade? Ja, aber ja, gut, klar. Natürlich, um noch zu triggern, dann erst recht Babypark dann natürlich. Ja, genau. War das so schlau? Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. War ja knapp direkt. Ich hab' keine Items und krieg' dann direkt Red Trail ab, ey. Ein Swap. Hi, hallo. Hallo. Ob hier. Ob hier. Ja, noch einer. Natürlich krieg' ich nur Pilze. Was ist das für ein lächerlicher Wusch? Ich hasse das Spiel, ey. Was ist das für eine gute Einung zu gehen? Du bist zweiter. Warum solltest du was anderes kriegen als Pilze? Ich bekomme auch noch Pilze. Wenn ich auf dem zwölften Platz bin, darüber kann man so gut stellen. Nein. Ich hab'... Ich hab'... Kack, Spiel, ey. Okay. Lass' ihm's auf hier, da fällt ihm's an. Ah, unentschieden, Matti. Nee. Das kann ich dich. Nee. Wenn es Nick vor mir ist, ist es okay. Niko. Weil, wenn Nick nicht vor mir ist, dann ist er plötzlich wieder weg. Von daher lass' ich ihn gewinnen. Entschuldigung. Dolphinsflug. Nummer 11. Nummer 11. Danke. Ja, voll gerne. Oh, das klingt nach Gewitter. Ja, meinst du, dass das Gewitter nach Gewitter geht? Ich dachte, die Sonne scheint. Scheiße. Da brauch' ich nur Münzen, ey. Egal, dann nehme ich dir da mit. Ich hasse dich. Ey, ich krieg' nur Münzen. Willst du die Münze haben, dann vielleicht... Ja. Ich hasse dich. Oh, jemand hat meine Münze geklaut. Ich war es nicht. Ist ja aber lustig gewesen. Kannst du die Münze haben? Ja, ok, nehme ich. Moment. Boah, ich krieg die ganze Zeit nur Münzen, ey. Ja, das stimmt, das wär schon witzig gewesen. Sag doch, Juhl, mir die Münze. Da, da wird die Münze geben. ein ja die noch ein bisschen in den Wanderer nein der Punkt erhält sich so gut das ist eine gute Frage Kann ich hier leider nicht beantworten. Ich bin Skyler doch, ne? Nein, Skyler wäre wieder gegen die Wand gefahren als du. Oh boy. Nein! Nein! Ach komm. Weil hinten war Haribo denn? Weiß ich nicht. Das ist Platz 5. Ach immer noch hinter Google? Mhm. Hat den einfach nicht aufgeholt. Das ist sehr sehr... Nee, ich hab schon aufgeholt, aber kam am Ende mit einem Stern an. Ach so. Asozialer NPC. Lass dir da nicht befallen. Ja, aber man muss schon sagen, dass dieser Geist halt auch irgendwie voll die guten Items die ganze Zeit. Er kriegt eine Rakete nach der anderen. Du beneidest immer die anderen um die Items. Ja, schon. Wo kommen halt nie gute Items. Ach so. Ich hätte gern mehr Raketen. Dann bekomme ich eine Rakete. Ja, du willst nur Raketen haben. Weil ich dann nicht fahren muss. Ja. Ich glaube, das ist nicht das Konzept von Mario Kart. Ach so. Ich kriege ja keine Lust mehr auf Mario Kart. Ach so. Das ist ja dein Problem. Dann hör ich halt einfach auf. Nö. Warum nicht? Ach so, wenn wir sonst in den Keller kommen. 28. Stimmt. Schon 28 mal die hier. Krass. Krass. Ja gut, okay. Vielleicht ist es schon eine Dimension. Die hier 28 und die andere war einfach richtig ungeliebt. Ja, die mag ich ja eigentlich auch. Also ich glaube, von den Rainbow Maps mag ich die hier am meisten. Boah. Wo schlägt ihr da wahrscheinlich an? Die ist eigentlich ganz cool. Aber ich mag auch, glaube ich, jede. Mal einfach mal diese Blue Shell. Guit Shell. Scheiß Shell. Boah, Boohoo, ne? Regt mich so auf. Ich weiß ja noch, als ich da... Wann mit ihm war das mit Harley? Javi, Avian, etc. Ich weiß nicht mehr, weil alles dabei war. Äh. Gab's fast nur diese Map. Die ganze Zeit, weil ich die eben ausgebildet habe. Das war lustig. Schade, ich wollte ihn doch voll rammen, ey. Nein! Boi! Du meinst E-Boy. Nein! Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte zwei Retschets, die ich dir an den Kopf geworfen hätte. Da wird sowas von... Ich hatte jeden Stern. Ja, nach dem Stern meine ich. Achso. Ich hoffe, wir warten, bis der Stern abgelaufen ist. Und dann hätte ich sie dir an den Kopf geworfen. Achso. Sag das doch. Hab ich doch. Achso. Ja, die Kombi war easy. War mega nice. Für dich. Okay, dankeschön. Verdammt. Für dich. Okay, dankeschön. Kommt gar nichts an. Lügt mich nicht an. Huh, der Blitz kam zum Glück rechtzeitig, ey. Also... Nicht, dass er rechtzeitig kam, aber... Später wär doof gewesen. Oh, warum krieg ich denn immer nur so ne Scheiße, ey. Ich hab keine Lust mehr. Das ist ein Golfbild. Das ist nicht Scheiße. Damit kannst du voll Gas gehen. Buschei. Ja, seh ich. Aber ist mir egal. Hast du irgendwas zum Dodgen? Nö. Ne. Ne. Der Versuch. Ich war doch so knapp hinter. Ich war rückwärts. Hallo, sei kein... Hallo, jetzt gibt mal Gas. Ich hab keine Lust mehr. Oh, wie lange brauchen die denn, bis ich mal endlich im Teesel bin? Wo ist denn los, kleine Sitzel? Der hat doch nicht eingespielt. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Willst Rage quitten? Ja. Du darfst aber nicht. Spiel mir mit. Können sie nicht mitspielen. Ich mag Mago-Karten. Du magst ja. Jetzt spielen wir Yoshi-Teil. Es gibt die ganze Zeit nur Kack-Items. Er will denn einen Goldpilz beim Regenboulevard. Und das fünfmal hintereinander. Das ist doch schön. Nein. Dann verliere ich immer noch mehr Plätze. Weil den will ich doch nicht. Das klingt mir ja nix, wenn ich dann keine Lappe. Darum kommt es schnell. Muss ich denn einsetzen und B drücken, damit das irgendwie funktioniert. Dann verliere ich weniger Plätze dabei, als wenn ich ihn einsetze. Achso. Mit ihm kann doch keiner fahren auf dem Regenboulevard. Mal ganz im Ernst. Ich glaube das habe ich. Ich bin voll gegen diese scheiße Brücke gefahren. Das habe ich gesehen, ey. Ich glaube ich bleibe jetzt einfach hinter dir. Ich habe Angst. Ja zu Recht. Fürchte mich. Oh scheiße. Okay jetzt ist doof. Jetzt habe ich mir mein Bild geklappt. So wie Among Us. Ja genau. Nein, ich bin gegen die Wand gefahren. Echt? Das ist gar nicht aufgefallen. Ich bin blöd. Achso. Ja gut. Das ist aufgefallen. Mann. Wie mir alles weggenommen wird. Erst wird mir der Pilz geklaut. Jetzt werden wir die beiden wretched. Ey. Das ist so albern ey. Bis ich tröstet dich hatte. Zwei Bananen. Ich weiß nicht ob mich das wirklich tröstet. Verdammt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Wow. Sind wir noch zwei Bananen? Oh scheiße. Verdammt. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich wollte dich eigentlich auf die Wiese schubsen. Ich habe es falsch getroffen. Ich habe es falsch getroffen. Nein, da sind da auch noch eine Bananen nagen. Das war meine Banane. Nein. Das war nicht mein Blitz. Alter. Oh Mann. Ich wollte dich gerade platt fahren ey. Nein. Ein riesiges dickes Ei. Es ist ein Weg. Weg. Denk nicht mal dran. Ich habe eh eine Banane. Wie beschützt. Schau. Schau. Ich hole sogar nicht noch auf. Easy. Ja, dann krieg ich noch hin ey. Fehlt nicht mehr ein 4. Da habe ich ein Nicker aufgeholt. Easy. Zwei Punkte. Mh. Mh. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Schon den PC angemacht oder? Nö. Sondern? Der Strom angemacht. Der Laptop geht sonst aus. Ach so. Ja. Nektor ist kein Item, ne? Ah. Harry wurde auf Platz eins, ne? Mhm. Was hast du richtig erkannt? Hm. Als ob dann ein Blitz kommt, wenn ich dich mit einer Redfell abwerfe. Ist ja du die Scheiße. Ist eigentlich der Linke wirklich schneller? Ich glaube schon, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen grünen Panzer gehabt, also. Oh, ich habe jetzt kein Item bekommen. Sehr gut. Sehr schnell. Nein, Banane. Puh. Ich ... Boom! Ja Blucher ist mir egal, nehm ich hin. Hattest du nicht Pilze? Ne, hab ich nicht, aber... Oh, dann hab ich ihn schon wieder gegay. Vielleicht. Du wärst zweiter? Nick. Hehehe. Nein! Oh Gott, ich seh schon wieder ne Blucher. Oh, ich hab ne Upe! Bam! Ich bin unvermeidbar. Wuhu! Wuhu! Na sop, ey. Der Blitz ist gar nicht mehr so schlimm, weil dann hast du auch keine Altersonung. Mit dem Ziel, easy! Du hattest fast noch halb wo aufgeholt. Guck mal, du hattest so. Ja, aber guck mal, ich hab für dich was cooles gemacht. Ich hab Nick aufgeholt, dadurch kriegt er weniger Punkte und du konntest ihn überholen. Mann! Guck mal, und du bist dritter und hattest einen Stern. Kann diese nicht mehr Knudgy sein. Macht aber trotzdem keinen Spaß. Karma? Warum Karma? Hallo? Stehe ich jetzt auch nicht. Ich bin euer Erster geworden. Also das stimmt schon, Karma ist ja auch was, das geht auch in die gute Richtung. Wenn, wenn ich gutes bringe, dann krieg ich auch gut. Donkey Kong wieder. Mhm. Wie vieles Mal haben wir dir jetzt? Donkey Kong? Das wäre dann 13 jetzt. Echt? Ich dachte auch, das wären wir. Mhm. Ja. Wo hüpfst du denn hin, Schatz? Ich bin nirgendswo hingehüpft, Harry, wo hat mich geschubst. Ach so. Wie immer. Ach ich. Hast du. Ach ich. Ach du. Ach du. Ach du. Auch noch wie immer. Für dich. Vielen Dankeschön. Für dich. Oh scheiße ey. Wie viel hast du denn? Nummer 2. Machst du. Warte. Danke, ich bin so dumm. Was hast du gemacht? Ich hab die Red Shader in den Kopf geworfen. Ach so. Ich bin so dumm ey. Ich hätte die Red Shader vorne werfen zu haben. Ich würf sie nach Ketten. Ich hab die Bombe nicht gefallen. Ich hab die Bombe nicht gefallen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Baby Glyph inspalfit. Ach schade. Ich bin so dumm. Ach komm. Jetzt hast du doch deine Rakete. Ach toll. Ich hab dir siehst. Ach die земler. Ach schweiß. nicht lange nicht nicht lange nicht naaa ooo blusche jetzt habe ich sogar nicht eingeholt easy ja aber ich wollte mal richtig jetzt abstand ja bis über 100 punkte war sogar letztes von ja direkt hier die achtergrunde die viergewinne ich immer dafür gebe ich jetzt die viergewinne ok ja ist ok hast du jetzt gewinnen sehe ich so aus achso ich weiß nicht weiß nicht wie du aussiehst wenn du eine viergewinne gewinnt dann müsstest du eigentlich wissen habe ich schon mal gewonnen hast du hab ich nicht geguckt mach nochmal ich glaube wir schließen gleich mal das fenster ich glaube nicht dass es rein regnet ne es ist laut hörst du hör doch nicht du weißt nichts mhm ready set fight brauche jetzt model comment musik dann mache ich ja ne das traue ich mir nicht kannst du die vorsingen nicht da kann ich nicht so büm 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 ne das alles gut alles gut brauchen wir keine musik wir haben schöne mario kart musik reichen können wir die ganze Zeit hören Scheiß auf die Hupe, ey, boah, nicht. Nein, wer da ne Bananen gelegt hat, ist wohl gar kein doof. Ich bin nur eine Banane reingefahren, damit war die Hupe voll gewastet. Oh, Apropos Blue Chef. Die hat noch nicht mitgenommen. Oh Mann, ich hatte drei Red Shots und einen Pilz, ey. Ich hätte Harry Wodernleben ruinieren können. Aber nein, da kommt ein Blitz und ruiniert Mainz. Also, ob ich jetzt auch noch... Ja, bin ich. So wie sie schlägen... Oh, ich bin die doof. Oh, ich krieg nur Pilze, ey. Wollen wir das besser sein als Pilze? Was denn? Drei Pilze. Nein! Keine Ahnung. Das ist ja so eine Szene aus Monty Python da. Was brennt besser als eine Hexe? Drei Hexen. Ich will nicht haben, dass Haribo gewinnt. Wenn Haribo gewinnt, dann hat er ja zwei Viererinnen. Sind ja dann auch in acht. Nervt mich. Wenn es dich tröstet, ich habe am Montag auch zwei Viererrunden gewonnen. Wo soll ich das trösten? Das ergibt keinen Sinn. In der Hinsicht, seit du das ja gewohnt bist, du das schon mal durchlebt hast, weißt du ja, wie es sich hier ankühlt. Ja, richtig. Ich würde es nicht nochmal haben. Muss ja nicht nochmal sein hier. Ach, krass. Stell dich nicht so an. Achso. Ich will mich ja mal anstellen. Aber stell dich dann hinten an, okay? Und ich stelle mich vorne. Ist das okay für dich? Das klingt nicht fair. Halt mir einfach Platz frei und dann komme ich dazu. Achso. Okay, solange ich Platz 1 bin, okay? Bin ich mit einverstanden. Nein. Darüber reden wir nochmal. Okay, aber morgen dann, ja? Wenn das schon alles vorbei ist. Okay. Okay. Jetzt muss kurz... Vorbei. Ich wollte vorbei. Fahr doch vorbei. Du musst ja nicht hinter mir fahren. Ja, du hast nicht so weit gehen. Wollte die Windstelle auch behalten. Habe ich dich mit der Banane getroffen? Weiß ich nicht. Boah, ich glaube, ich habe nicht vorweg gesnackert mit der Banane. Ja, jetzt sind wir quit. Wann sind wir denn quit? Du bist reingefahren. Du hast mir die Ratsche vor die Nase gehalten. Habe ich überhaupt nicht. Du warst schon 10 Jahre hinter mir. Achso. Du bist einfach vor der Werte reingefahren. Ich war aber vor der Ratsche hinter dir, also... Das glaube ich nicht. Doch. Nee. Natürlich. Natürlich. Das hab ich Хотel bei mir jetzt. Du hast auch immer... Ja. Ich hatte mich vor nein und ich krieg kein letztes alter ich glaube ich habe die blöcke hast du nicht ich habe mich im sprung ich glaube ich mit meiner eigenen banane getroffen ich wollte sie nach vorne schmeißen aber irgendwie hat sie mich selbst getroffen während ich hochgeschoben bin frage ich nicht wie ich glaube ich habe vor dem sprung die banane geworfen und dann kurz nachher gesprungen und dann in die flugbahn eingefahren das ist was ist das nur city 19 da regnet ist ja mit all dem wasser also die mainz cooper großstadt ja genau aber halt nicht so also das ist die schlechteste richtige cbp nicht als richtige weil diese rutschig flutschig ist das sind ja auch wenn man bei der einstelle weiß ich nie wie ich driften kann so dass ich nicht runterfalle mit bremsen nein 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 also der muss dann wirklich bremsen ja ich bremse eigentlich nicht aber wenn ich das gefühl habe okay der drift erreicht nicht nur das kommt in 150 nicht so ich hasse mein leben so weit würde ich jetzt nicht gehen ich habe mich mit meiner eigenen grünschel abgeworfen hast du ich dachte wieder mit der selben banane ja schon aber ich denke mir so scheiße auf jemanden in meine berate weg also tatsächlich immer vorher schnell die banane abgelegt jetzt im winz bekommen mal wieder einen bananen brechter mit des zweiter ich habe ein recht schätze ich habe nur eine recht schätze für dich das ist okay hauptsache nicht richtig meister mal wie man dann nicht negativ geschossen wie schlecht ich den pilz ich habe den pilz so dumm eingesetzt so dumm aber ich wollte den los dann finden ich bin in der grüße getroffen und fahre in eine scheiß redscher rein ja warum kommt meine mit 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 zufall babypark das macht doch keinen das ergibt keinen sinn ja es ist für mich beleidigt vom spiel ja das ist auch so gut sein können also das ist so traurig mein baby park freier stream und dann kommt einfach er hätte da nicht zufall von irgendwem anderen sei ausgerechnet ich jetzt kriege die ganze scheiße ab und jetzt komme ich eh nicht nach vorne weil babypark mir alles ruiniert ich muss vor haribo sein aber das schaffe ich nicht weil das spiel so kacke ist jetzt muss ich jetzt kriege ich nur kackpilz und kommen in der folge in seiner stunde platz vier kommen einfach nicht nach vorne ich krieg nur pilze dürfte in die falsche richtung ich will einfach ich will gar nicht in die falsche richtung dürfen ich will einfach raus von der map das war der sinn weil ich komme einfach nie nach vorne jetzt ja wo jetzt das war jetzt gehört auf mich zu bewerfen dankeschön dass du die redscher abgefangen hast das war heldenhaft weil sonst dann hätte ich wahrscheinlich mal dieser scheiß blitz ich bin gerade die pilze habe ich wohl nicht mitbekommen wer ist überhaupt platz eins ist denn hier ich sehe mich mal haribo bestimmt ich krieg haribo einfach nicht eingeholen wie lange dauert es ist die scheiße einschlägt ich komme eh nicht warum geh doch weg da ey Alter machst du dich weißt du das in der letzten runde ey ich habe gar nicht aufgepasst Entschuldigung erster easy win ja war ganz nett können wir wieder machen und ein Punkt gewonnen nice jubel hier 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 See ya.